Über dieses Thema habe ich noch nie geredet. Es gab viele Dinge, die mich verletzten, gerade meine Familie. Auch wenn wir in der Öffentlichkeit so ein perfektes Bild abgeben, das ist auf den Fussball reduziert. Ich habe mich in meiner Schamke, allein in der Nacht zu prüfen und sogar zu weinen. Ich habe eines gelernt, es gönnt einem niemand etwas. Es ist einfach brutal für die Protagonisten selber. Es gibt mega viele, die nicht cool sind im Fussball. Das ist völlig normal. Kannst du dir mal die guten Kameras ausmachen? Wir wissen, dass wir ein Team machen müssen. Wir haben kein Ronaldo, wir haben kein Messi in unserer Mannschaft. Was uns stark macht, ist die Einheit. Jeder Sympath und Mannschaft ist zusammen mit verschiedenen Charakteren. Die Mannschaft hat die Qualität, die hat das Potenzial, um ganz weit zu füllen. Wir sind gross und ich denke, dass die Mannschaft das weiss und weiss, wie es funktioniert. Das ist ein Differmotor, oder was? Nein, das ist ein Differmotor. Nein, das ist ein Differmotor. Oh, die Mitte, nein! Und dumm kann es so aus sein, dass wir mit dem 22 einen erfolgreichen Fussball spielen können. Und gleich dranbleiben. Das ist ein Differmotor.